Natürlich ganz bitter, wenn du die Nachspielzeit verlierst, aber genauso, dass es Fußball ist. Wir haben den letzten Spieltag im Hoffenheim Nachspielzeit gewonnen und jetzt haben wir leider verloren. So ist Fußball, wir akzeptieren das. Natürlich, die Elfmette war klar, das ist ein Fehler von uns. Und nochmal, was mir weh tut, ist diese rote Karte. Das muss nicht so passieren. Aber wie gesagt, so ist es. Wir wissen, dass es keine richtige, ich meine, keine leichte Aufgabe wird. Nicht umsonst, Ingolstadt hat das erste Zwei-Spiel auswärts zu Null gewonnen. Heute Glückwunsch, das dritte Mal. Wie gesagt, dass man natürlich gewünscht, ein bisschen Körpersprache, ein bisschen leichter oder leichtfüßiger noch zu sein. Das ist unsere Sache, wo wir vielleicht Defizite heute gehabt haben. Aber da die Szene war, zum Beispiel bei der Standardsituation, war es schon echt gefährlich. Und ja, da kannst du auch in Führung gehen, aber leider heute nicht der Fall gewesen. Und ja, da müssen wir das akzeptieren und wir versuchen, das das letzte Mal besser zu machen.